Jetzt muss ich euch unbedingt mal mein stylisches Hotel zeigen. Ich finde das so cool. Ich habe immer noch nicht alles entdeckt. Das ist so geil gemacht, weil in Split ist dieses Wochenende das Ultra-Festival. Ein riesiges Elektro-Festival. 150.000 Leute gibt es keine Hotel mehr. Guck mal den Spiegel zum Beispiel. Servus. Kann man drehen wie man will. Finde ich mega cool. Leider so coole Futures. Ich glaube selber noch nicht alles entdeckt. Aha. Aha. Hier ist der Kühlschrank. Dann kommen wir zum coolen Bad. Hier ist die Dusche. Die ist jetzt zu. Dann ist die Toilette zu. Ich finde das mega stylisch. Ich finde das richtig cool. Und hier natürlich das schöne Bett. Trogia ist ca. 30 Kilometer weg von Split. Dann natürlich Beachview. So was braucht der Schweizer, der nur Alpen hat. Dann haben wir hier noch eine freistehende Badewanne. Und jetzt Achtung Freunde. Jetzt kommt das Beste. Den Fernseher kann man auch in alle Richtungen drehen. Da kannst du sogar beim Baden Fernsehen gucken. Oder auf der Terrasse. Ja. Terrasse mit Beachview. Fernseher. Freistehende Badewanne. Ich finde das Zimmer so geil. Eines der größten Hotelzimmer was ich je hatte. Okay Guys. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Hier aus dem schönen Trogia. Aus der halben Trogia. Tschüss zusammen. Und jetzt muss ich gleich umdrehen. 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 Das Highlight des super schönen Hola Hotels hier in Trogia, das ist hier nämlich die Dachterrasse. Und natürlich, als allergeistig, der Pool, das absolute Highlight, hier auf der Dachterrasse, ist der unhaffengeile Pool und der ist echt braun, ne? Mit der schönen Sicht über Trogia. Ja, da werde ich jetzt mal ein bisschen swimming tun, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi, zusammen. Und das Highlight? Musik Ja, hier hat es vier Köche, super cool. Die machen Omelette, Würstchen, Speck, Rührei, Ei, was das Herz begehrt. Alles Gemüse, alles auf dem Grill, super geil, top, weitermachen. Ja, hier hat es vier Köche. Musik 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 Willkommen hier in Kroatien, Dalmatien, hier ist Drogier, das ist die Atlantik-Koast und das ist live, meine Damen und Herren, das ist live, ich liebe dieses Platz hier, Kroatien, alright guys, wishes around the world, holidays beginnt, great dishes, don't worry about, bye bye guys, see you, here I am Now just if you can, we rise up Doesn't shine